Hallo und herzlich willkommen bei Change einfach machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Ihr Lieben, ganz herzlich willkommen im neuen Jahr, im Jahr 2021 und für alle die, die in der letzten Nacht kein Silvesterfeuerwerk hatten, habe ich hier so ein kleines Feuerwerk an den Anfang gesetzt. Falls du jetzt denkst, wie geht das denn? Nun ja, zum einen ist das so ein kleines Fake-Feuerwerk, denn ich nehme die Episode natürlich nicht erst am 1. Januar auf, sondern schon ein wenig vorher. Von daher habe ich einfach mal in meinen Videos geschaut, wo es denn ein Feuerwerk gab. Aber selbst wenn ich das mitten in der Nacht aufgenommen hätte, dürfte es eigentlich kein solches Feuerwerk gegeben haben, denn die Knallerei entfällt ja in diesem Jahr. Von daher hattest du zumindest ein wenig Silvesterknallerei jetzt hier im Podcast, denn das war in der Tat ein Silvestergeknalle. Ich habe das ein Jahr früher, nämlich beim Jahreswechsel 2019 auf 2020 aufgenommen, nicht wissend, dass ein Jahr später dann kein Geknalle stattfindet. In jedem Fall willkommen im Jahr 2021. Ich wünsche dir natürlich ganz viel Gesundheit, aber ich wünsche dir vor allen Dingen auch ein großartiges Jahr für dich und du hast eine Menge Möglichkeiten, dieses Jahr für dich zu gestalten. Wir haben ja schon in den letzten Impuls Bonbons angefangen mit dem Thema Ziele, Gefühle, auch was ein gutes Fundament für Ziele ist, nämlich das Thema Weiterbildung. Und heute geht es im Bonbon Nr. 5 um eine ganz wichtige Komponente, die mit Zielen, aber generell auch mit Veränderung zu tun hat. Es geht um das Thema Loslassen. Loslassen fällt uns nicht unbedingt gerade einfach. Ob das nun physische Dinge sind oder ob es Gewohnheiten sind, wir haben da regelmäßig unsere Schwierigkeiten. Dennoch, wenn du etwas verändern willst, wenn du etwas erreichen willst, wenn du bestimmte Ziele verfolgen willst, dann hat das in den meisten Fällen auch damit zu tun, etwas Existierendes loszulassen. Sei es ein Verhalten, sei es eine gedankliche Einstellung oder sei es auch nur ein simpler Automatismus, den du dir angewöhnt hast. Der Jahreswechsel ist insofern immer ganz hervorragend für unsere Psyche, um etwas loszulassen. Denn durch den Jahreswechsel, es beginnt jetzt ein ganz neues, frisches, jungfräuliches Jahr, hat man im Kopf so die Assoziation, jetzt fällt es leichter. Rein sachlich nüchtern betrachtet ist das natürlich völliger Blödsinn. Denn wir sind ja de facto nur 24 Stunden weiter. Aber das Gehirn, unser Gehirn mag so diese Spielerei, es fängt jetzt etwas ganz Neues an. Und da fällt das Loslassen ein wenig leichter als im normalen Alltag. Was uns nachweislich schwerfällt, ist, wenn wir Ziele mit dem Wort nicht verknüpfen. Das funktioniert nicht, weil unser Kopf, unser Gehirn dieses Wörtchen nicht, nicht wirklich kennt. Wenn du also sagst, beim nächsten Frust werde ich nicht mehr eine ganze Tafel Schokolade essen, führt das in der Regel dazu, dass du beim nächsten Frust genau das machst, eine Tafel Schokolade zu essen. Deswegen ist es wichtig, dass du das Loslassen dadurch praktizierst, indem du über die neue Gewohnheit sprichst. Beim nächsten Frust ziehe ich meine Laufschuhe an und laufe einen Kilometer durch die Nachbarschaft. Und das kannst du auf alle möglichen anderen Situationen übertragen. Ich nehme deshalb immer diese simplen Beispiele, naja, weil sie machen es einfach und transparent und nachvollziehbar. Dennoch ist das Loslassen wichtig. Und Loslassen ist etwas, das kannst du üben. Das kannst du mit leichten Dingen üben, das kannst du auch mit schweren Dingen üben. Es gibt Sachen, da ist es wirklich sinnvoll, über Loslassen einfach mal nachzudenken. Das sind die Klamotten, die man sich vor drei, vier, fünf Jahren gekauft hat, wo man feststellt, die sind zu groß, zu klein, die Farbe ist völlig out. Oder es war einfach ein Fehlkauf. Und dennoch haben wir da immer noch den Gedanken, ach ja, wer weiß, vielleicht kann ich das ja Karneval mal anziehen. Oder wenn wir dann das nächste Mal den Speicher aufräumen oder das Haus streichen, dann brauche ich noch etwas. Hier kannst du hervorragend üben, loszulassen. Miste einfach mal aus. Und wenn du diesen Gedanken, ach, das könnte ich eventuell doch noch mal brauchen, ganz ehrlich beantwortest, wirst du feststellen, naja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und wenn, dann fällt mir in der Situation immer noch etwas anderes ein. Und so geht es mit vielen Sachen, so geht es mit Büchern, mit Zeitungsartikeln, mit CDs, die man irgendwann mal gekauft hat. Aber es gibt noch andere Sachen, an denen du das trainieren kannst, das Loslassen. Beispielsweise, indem du eine Woche einmal keinen Kaffee trinkst. Oder eine Woche keinen Alkohol. Oder eine Woche keinen Fahrstuhl, wenn du im Büro einen Fahrstuhl hast. Das Schöne am Loslassen ist, es befreit ungemein. Loslassen, entrümpeln, heißt, da ist Platz für Neues. Und das gilt nicht nur für den Kleiderschrank, das gilt auch für unsere Seele, für unseren Kopf. Wenn du zum Beispiel den Job wechseln willst im neuen Jahr, dann heißt das auch, dass du den alten Job loslassen musst. Dass du abschließen solltest damit. Wenn du Führungskraft werden willst, dann heißt das, dass du von der Rolle des Teammitglieds Abschied nehmen musst. Wenn du deine beste Freundin, deinen besten Kumpel in die Wüste schicken willst, weil er oder sie dich einfach nur noch nervt und dir Energie abzieht, dann heißt auch das, dass du loslassen musst und dich verabschieden musst. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, du lässt etwas los und dann sitzt du da und jammerst und jammerst und sagst, ach, hätte ich doch bloß nicht losgelassen. Das bringt dich nämlich dann überhaupt nicht weiter, sondern bewirkt das krasse Gegenteil. Und deshalb ist es schlau, wenn du das Loslassen immer wieder übst. An den kleinen Dingen, wie den genannten Beispielen, oder an etwas größeren Dingen, wo eigentlich gar keine Notwendigkeit des Loslassens besteht, wo du aber einfach mal üben möchtest, wie es ist, loszulassen. Das war das Impuls Bonbon Nummer 5. Loslassen als Voraussetzung, um neue Ziele zu erreichen und eine Veränderung zu bewirken. Und weil es so schön war, gibt es zum Abschluss nochmal ein Feuerwerk. Das war das Impuls Bonbon Nummer 5.